In unserer Region gibt es viele ehrenamtliche Vereine. Doch oftmals haben alle das gleiche Problem. Es fehlt Geld, um die Projekte umzusetzen, die ihnen wichtig sind. Deshalb hat Badenova nun die Schwarzwald Crowd ins Leben gerufen. Unter Crowdfunding versteht man, dass viele Menschen gemeinsam ein Projekt finanziell ermöglichen. Dabei bilden alle Unterstützer gemeinsam die sogenannte Crowd. Bei der Schwarzwald Crowd können Vereine aus der Region ihre Projekte vorstellen und dafür Unterstützer finden. Die Finanzierung läuft dabei schnell und unkompliziert. Der Verein hat 60 Tage Zeit, sein Projekt vorzustellen und bei Familie, bei Freunden oder anderen Unterstützern Gelder zu sammeln. Das Ganze hat ein paar Regeln. Das Projekt muss einen ökologischen, sportlichen, sozialen, kulturellen oder gesellschaftlichen Zweck verfolgen. Und es sollte gut für unsere Region sein. Das Crowdfunding funktioniert ganz einfach. Unbürokratisch und ohne finanzielles Risiko. Innerhalb weniger Tage ist das geplante Projekt vorbereitet, geprüft und online. Danach ist es wichtig, das eigene Projekt aktiv zu bewerben. Die Schwarzwald Crowd funktioniert nach dem Alles-oder-nichts-Prinzip. Wird das Finanzierungsziel erreicht oder sogar noch übertroffen, dann erhält der Verein den kompletten Betrag. Wird das Finanzierungsziel nicht erreicht, dann bekommen alle Unterstützer ihr Geld wieder zurück. Zusätzlich gibt Badenova einmalig für jeden Projektunterstützer, der mindestens 10 Euro spendet, nochmals 10 Euro dazu. Dafür stehen monatlich insgesamt 500 Euro zur Verfügung. Willst du deinen Verein unterstützen oder hast selbst eine tolle Projektidee für die Region? Dann melde dich heute noch bei der Schwarzwald Crowd als Unterstützer oder als Projektstarter an. Alle wichtigen Informationen findest du auf schwarzwald-crowd.de. Denn gemeinsam lässt sich viel bewegen.